Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von Aslan. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass El Rojo in Wahrheit gar nicht Elisabeth sehen will, sondern ihre Oma. Die sah nämlich damals, als sie klein war, ziemlich ähnlich aus wie Elisabeth. Und sie war es auch damals, die offenbar El Rojo vor dem Leben gerettet hat, so irgendwie, ja vor dem Tod gerettet hat, das wollte ich sagen, das Leben gerettet hat eben. Und wie genau das jetzt ablaufen wird, was da jetzt die genaue Hintergrundgeschichte dazu ist, werden wir gleich noch herausfinden, würde ich sagen. Und wir gehen auch gleich mal zu ihm. So, Hallöchen, da ist er. Ja, es sieht wirklich nicht so gut aus irgendwie. Also, er ist ja auch irgendwie kurz vorm Sterben, sagt er ja. Also, ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Wollen wir gleich mit ihm reden, oder gibt es noch irgendwas anderes zu tun? Ne, wir reden gleich mit ihm. Hallo El Rojo, schau mal, wie wir den mitgebracht haben. Na, überrascht? Grr. Ey Rojo, bist du das wirklich, dieser kleine hilflose Welpe, den ich damals gerettet habe? Grummel, brummel. Frau? Oh, jetzt wird's, oh Gott, ich, oh Gott, ich hab schon, ich hab schon Angst, dass ich jetzt gleich, jetzt kommt schon so eine ganz sentimentale Musik schon. Ich hab Angst, dass ich jetzt gleich zum Heulen anfange, oder so, weil das wird jetzt bestimmt sehr herzergreifend, was jetzt kommen wird. Vor allem, wenn der jetzt gleich auch noch sterben würde, oder so. Ich muss ihn zusammenreißen, okay. Hast du also endlich gemerkt? Ja, El Rojo, ich bin es, ich bin Eleanor. Hechel, hechel, hechel. Winsel, schläg, Winsel. Ja, lass dich knudeln, so groß und stark, um doch ein Herz aus Zucker, ach, mein Lieber. Heul. Du hast dich wirklich nicht verändert, alter Junge. All die Schmerzen, und trotzdem schleppst du dich nach Torhido, nur um mich zu suchen. Ich bin ja so gerührt. Boah, die Musik ist wunderschön gerade. Er wollte ihm den Anhänger zurückgeben, deswegen hat er sie so verzweifelt gesucht. Ach ja, ach ja. Als ich dir damals den Anhänger gab, war er ein Zeichen der Freundschaft zwischen uns. Für immer. Deswegen ist es komisch, ihn wieder zurückzunehmen, aber wenn du das wirklich willst... Hechel, hechel. Ich kann übrigens nicht gut den nachmachen, ne, merke ich schon, aber egal. So, geschafft. Knurr? Na nun, was ist denn los, alter Junge? Knurr, krahaha. Was? Er sagt, dass der Schmerz auf einmal wie verflogen ist. Oh. Oh, ich werd verrückt. Dann hat dir also das enge Halsband den ganzen Schmerz verursacht. Na, das ist ja mal ein Ding. Ach so. Du warst wirklich noch ein kleiner Welpe, als ich dich damals gefunden habe. Dass du einmal groß und stark wirst, war mir klar. Aber so groß und so stark, das hätte ich ja nie ahnen können. Kein Wunder, dass dir das Halsband da zu eng geworden ist. Heißt das etwa, dass Elrocho überhaupt nicht krank war? Es war bloß das Halsband? Das ist sein Leben lang, Trug Emi. Manchmal bedarf es bloß eines fremden Blicks und das größte Rätsel zu lösen. Dann haben wir uns ganz umsonst Sorgen um ihn gemacht? Puh, aber wie man so schön sagt, Ende gut, alles gut. Okay, gut, dann bin ich doch nicht kurz vor den Tränen. Also wenn der jetzt da wirklich abgekratzt wäre, dann hätte ich mich vielleicht nicht mehr beherrschen können, aber dir passt ja alles. Elrocho der Schreckliche. Es war nie Elrochos Absicht, die armen Leute von Torridor zu verängstigen. Er wollte nur dem kleinen Mädchen etwas zurückgeben, welches ihm vor etlichen Jahren das Leben gerettet hatte. Nun braucht niemand in Torridor mehr Angst vor dem großen, bösen Wolf zu haben. Und außerdem haben wir unser drittes Ei, wenn sie uns das jetzt gibt. Ich hoffe mal. Torridor wird den Wolf in Zukunft also aufnehmen, oder? Wie Sie sehen, handelt es sich um ein sehr freundliches Tier. Und er wird mit Sicherheit niemandem in Torridor etwas zu leide tun. Schließlich lebt auch seine beste Kindheitsfreundin hier. Ich weiß ja, ich weiß. Es ist nur eine ganz schöne Umstellung, wissen Sie. Ach, vergessen wir das. Eigentlich ist er ja schon ein prächtiger Wolfskerl, da will ich gar nicht widersprechen. Sehen Sie, das wird Ihnen hoffentlich ein leeres sein, mich wie eine Verrückte zu behandeln, Sheriff. Nun aber zu Ihnen, Mr. Layton. Sie haben Elrocho doch nicht allein aus Nächstenliebe geholfen, hm? So leid es mir tut, aber Sie haben recht. Ich muss gestehen, dass dies nicht unser eigentliches Anliegen gewesen ist. Wir hatten es vielmehr auf den Anhänger abgesehen, den Elrocho als sein Halsband trug. Den Anhänger? Für dieses Ding haben Sie den alten Jungen wie eine Herde Piffel durch die Wüste gejagt. Obwohl, wenn ich es recht bedenke, nun kann Elrocho mich ja besuchen, wann er will, ohne Ärger mit dem Sheriff. Da würde er das Andenken ohnehin nicht mehr brauchen. Also gut, nehmt das Ding. Los, ehe ich es mir noch anders überlege. Sind Sie sich sicher, Miss Eleanor? Sie möchten Ihre gehegte Erinnerung wirklich aus der Hand geben? Was habe ich denn gerade gesagt, hm? Sie sollten sich mal die Ohren besser waschen. Sonst könnte ich das Ding ja sowieso bloß Elisabeth geben. Aber der wäre es wohl zu schwer zum Tragen. Als ich Ihren großen Zylinder zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich erst, mit was für Gestalten gibt sich Elisabeth Blur da ab? Bei uns tragen so einen Hut höchstens die Totengräber, wissen Sie? Aber da habe ich mich gehörig geirrt. Nun greifen Sie schon zu. Sie sagen doch, dass Sie deswegen hergekommen sind. Und wir haben das dritte Eierhalten. Vielen Dank, Miss Eleanor. Das ist wirklich zu großherzig von Ihnen. Es freut uns sehr, dass wir helfen konnten. Doch nun ist es Zeit, Abschied von Torridor zu nehmen und damit auch von Ihnen. Leben Sie wohl. Ich würde mich freuen, wenn sich unsere Wege in Zukunft noch einmal kreuzen würden. Das werden Sie bestimmt, ja, wegen Rätsel. Aha, jetzt ist es auch eher hier, ja. Das will ich mal noch schnell machen. Mit denen jetzt nochmal reden. Oh, du gutes, altes, zottliges Kuscheltier. Wir sind beide ganz schön in die Jahre gekommen, nicht? Ja, wollte ich auch gerade sagen, beide. Grummelhechel. Ganz unter uns, ich verstehe beim besten Willen nicht, was Sheriff Flint gegen dich hatte. So ein Holzkopf. Heuschar. Ich rede nochmal kurz mit ihm hier. So. Ihr wollt mir also erzählen, dass El Rojo uns nur heimgesucht hat, weil er Eleanor finden wollte? Haha. Egal wie. Mit ihr, äh, mit ihr hat man eben immer nur Scherereien. Obwohl ich sie ja gar nicht so schlimm finde. Vielleicht etwas laut. Na, schwamm drüber. Ende gut, alles gut. Dank euch herrscht den Torridor wieder Frieden. Ich danke euch, äh, Caballeros oder so. Nicht der Rede wert, Sheriff. Es könnte aber noch etwas dauern, bis sich alle an ihren neuen Ehrengast gewöhnt haben. Wie war, mein Freund, wie war. Wissen Sie, früher erzählte man sich ganz andere Sachen über El Rojo. Wirklich, was denn genau? Seht ihr die Felsen dort oben? Früher, in sternklaren Nächten, soll dort ein großes Tier gesessen haben. Ganz still. Es soll von hoch oben auf Torridor geblickt haben. Fast so, als hätte er über uns gewacht. Dann brauchen die Dorfbewohner also erst in Pan... Erbrachen sie erst in Panik aus, als sich El Rojo am hellen Tag in den Straßen blicken ließ, richtig? Jetzt muss ich sagen, ja, das kommt hin. Elenor muss irgendwann aufgehört haben, El Rojo zu besuchen. Und das hat ihn dann hierher gelockt. Ja, das muss sicher schlimm für ihn gewesen sein. Genau, aber das hat nun ein Ende. Jetzt ist Torridor sein neues Zuhause. El Rojo soll sich hier pudelwohl fühlen. Das sind großartige Neuigkeiten. Er wird sich sicherlich freuen, auf einmal so viele Leute um sich herum zu haben. Okay, ist wirklich hier Ende. Gut, alles gut, wie schon öfter gesagt. Gut. Dann gehe ich auch gleich zurück. Also ich glaube, wenn ich gerade ein Eier halten habe und mich auf den Rückweg mache, ich glaube, dann kann ich erstmal keine neuen Rätsel mehr finden. Wenn ich jetzt aber in die Boss-Tunus reingehe, woanders hinfliege und wieder zurückkomme, dann stehen, glaube ich, die ganzen Leute hier woanders und ich könnte auch von denen sogar mir noch neue Rätsel abstauben oder so. Aber ich werde dann nach dem vierten Gebiet nochmal in alle anderen Gebiete auch nochmal zurückkehren und dann doch nochmal ein bisschen was nachholen. Willkommen zurück, die Herrschaften. Gehe ich recht in der Annahme, dass der Exkurs ein rauschender Erfolg war. Oh, das kann man wohl sagen. Wir haben auch das Ei der Aslanti geborgen, was wir Lukes außergewöhnlicher Gabe verdanken. Ach, das war doch nichts Besonderes. Mitnichten, das sind grandiose Neuigkeiten. Ich werde mit den Abflugvorbereitungen beginnen, sobald sie alle bereit sind. Ich frage mich immer noch, warum wir das Ei in Torridor so entfernt von jeglichen Spuren der Aslanti gefunden haben. Das stimmt, ja. Auch wenn es nicht so scheint, die Aslanti haben vor langer Zeit wirklich einmal hier gewohnt. Aurora, willst du damit sagen, dass deine Erinnerung zurückgekehrt ist? Teilweise, ja. Ich erinnere mich nun, dass die Aslanti einst versuchten, dieses sterbende Land zu erschließen. Ihre Technologie reichte jedoch nicht aus. Es war ihnen nicht möglich, dem Ökosystem sein Gleichgewicht zurückzugeben. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Es scheint irgendwie so zu sein, je mehr Eier wir finden, desto besser kann sich Aurora zurückerinnern, oder? Es scheint so. Faszinierend. Also durchlebten die Aslanti verschiedene Stufen der technologischen Entwicklung, fast so wie unsere Zivilisation. Glauben Sie, dass auch die Aslanti wie die Menschen in der Steinzeit anfangs nur primitives Werkzeug besaßen? Das liegt nahe. Die Menschheit hat seit jeher auf Vergangenem aufgebaut, um die Zukunft zu gestalten. Und nun, da die Missverständnisse zwischen Torridor und El Rojo ausgeräumt sind, dürfen sie auch auf eine bessere Zukunft hoffen. Dem kann ich aus vollem Herzen zustimmen. Nun, ich denke, es ist an der Zeit für uns, diesen Ort zu verlassen. Sollen wir? Ja, sollen wir. Und los geht's. Wieder auf in die Lüfte. Und ich will auf jeden Fall wieder mit Locklear reden, weil vielleicht hat er ja jetzt wieder ein Rätsel. Nach dem ersten und zweiten Gebiet hatte er ja eins, aber danach im dritten nicht mehr. Und genau, wir kriegen auch wieder ein Endbild. Sehr schön. Mit El Rojo in der Mitte. Und auch Elisabeth und Eleanor. Und dann noch Sheriff, der andere Typ. Und dann noch der andere Typ. Auch sehr schön. Okay, ich möchte speichern. Ja. Oder möchte ich? Ja, doch. Ich möchte. Passt schon. Jupp. Dö, 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 dö. Okay. Und wieder zurück. Und Wunderwelt Wald. Genau, auch ein neuer Artikel. Und eine neue Episode. Genau, der beste Freund der Menschen. Ja. Ah, vielleicht können wir in der Episode sogar sehen, wie Eleanor dann wirklich El Rojo das Leben gerettet hat. Weil das wurde ja jetzt nie so genau beschrieben. Also halt, als er noch ein Welpe war, hat sie ihn irgendwie gerettet. Aber wie genau? Also wie es alles ganz genau im Detail ablief. Vielleicht sehen wir das dann in der Episode. Das wäre auf jeden Fall cool. Aber bevor ich das mache, würde ich erstmal mit Locklear reden. Denn. Ach, schade. Naja. Eine vergleichbare Freude wie die über einen archäologischen Fund lässt sich auch in der Luftfahrt finden. Im Angesicht risikoreicher Situationen ist die Erleichterung meist sogar größer. Okay, überhaupt nichts Besonderes sagt er. Und Kätzchen. Ich glaube, das Kätzchen hat erst nach Kapitel 4 dann vielleicht neue Rätsel. Aber jetzt währenddessen keine. Ja, okay. Gut. Gut, dann lesen wir jetzt mal kurz Wunderweltweit durch und Episoden und Notizen. Ja, und Notizen mal vielleicht erst am Ende des Parts. Mal gucken. Erstmal Wunderweltweit. Drei neue sogar. Tierarzt behandelt Wilden Wolf. Ein Tierarzt in Torridow, vormals nur Kleintiere als Patienten gewohnt, wurde Kreidebleich und Zähneklappen in das örtliche Krankenhaus eingeliefert. Okay. Und Torridows neuer Revolverheld. Beim Schützenfest in Torridow konnte sich ein Neuling gegen die Veteranen durchsetzen. Der junge Sieger brennt darauf, Autogramme zu geben. Ich bin gespannt, wer das sein wird. Und noch in Snöburg. Und das mit dem Schneemann muss ich ja auch noch nachholen. Das habe ich ja verschissen in Snöburg, weil ich da nicht dran gedacht habe. Das muss ich auf jeden Fall dann noch nachholen, wenn ich wieder in Snöburg zurück bin. Okay. Aber die Episode will ich mir gleich noch schnell angucken. Und zwar der beste Freund der Menschen. Nachdem sich der Trubel um El Rojo gelegt hat, merkt ganz Torridow, was für eine gute Seele doch unter all dem feuerroten Frenzenfeld steckt. Okay, ist es doch nicht, ähm, die Geschichte, wie Eleanor ihm das Leben gerettet hat, aber ist auch okay. Hm. Ihr Gesicht hat ja Furchten wie Dörrfleisch. Was runzeln Sie denn in Ihre Stirn so? Wollen Sie nicht mich nachmachen? Ja, das ist irgendwie, äh, irgendwie ist Eleanor auch, äh, auch cool, weil die ist auch nicht auf den Mund gefallen. Oh, hau die Eleanor, das würde ich doch nie wagen. Es, äh, nagt nur etwas an mir wie ein Holzwurm an der Veranda, wissen Sie. Wir sind doch hier mitten in der Ödnis. Die Sonne brennt und selbst die kleinen Tierchen hier haben Hunger wie die Wölfe. Aber seit El Rojo uns regelmäßig besucht ist, von den kleinen Plagegeistern nichts mehr zu sehen, nicht einer. Nun reden Sie nicht um den heißen Brei herum, Schäufe Flint, sondern sagen Sie, was Sie daran stört. Immer langsam mit den jungen Pferden, dazu komme ich doch gerade. Was ich nicht verstehe ist, warum El Rojo sich in dieses alte Bergwerk zurückgezogen hat und nicht näher an Torridow lebt. Sicher haben wir es ihm zu verdanken, dass sich das ganze Koyoten-Geschmeiß nicht mehr hierher traut. Und wenn das stimmt, dann tut es mir echt leid, dass ich so gemein zu ihm war. Mumpitz, Sie beschützen die Leute genauso wie El Rojo es tut. Sie haben sich wirklich nichts vorzuwerfen. Und was nützt es, wenn Sie sich jetzt noch so viele Gedanken machen? Seitdem ist bereits viel Staub durch die Perergie geweht. Warum hat die sich jetzt zur Seite gedreht? Wenn Sie es wieder gut machen wollen, dann tun Sie das. Ansonsten lassen Sie es auf sich beruhen. Sie haben vermutlich recht. Ich wäre mir was einfallen lassen. Okay, es war jetzt... Achso, es kommt noch mehr. Okay. Hey, ich darf heute El Rojo füttern, Mr. Derringer. Sie dürfen morgen wieder. Aber ich habe heute extra das beste Fleisch gekauft, das ich finden konnte. Fünf Pfund feinstes Zier... Was für ein Ding? Zierlo... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich doch auch. Hier, da hast du mein Guter. Gar, gar, ha? Ich glaube, El Rojo will nicht, dass wir uns streiten, Mr. Derringer. Woher weißt du nur, was er sagt? Wir verstehen uns eben. Schließlich habe ich viel von meiner Oma gelernt. El Rojo liebt diese Stadt und ihre Einwohner. Und wenn wir uns um ihn kümmern, dann gibt er auch auf uns acht, nicht wahr? Gra! Und das war es aber. Ja, okay. Gut. Ich hätte es schöner gefunden, wenn ich das nochmal hätte sehen dürfen. Mit Eleanor und El Rojo noch als Welpe, aber passt schon. Ähm, ja. Ich will ja eigentlich jetzt nicht mehr andere Sachen erkunden. Aber irgendwie ist es auch doof, wenn ich mitten in dem Part ein neues Gebiet betrete. Ich will das eigentlich am Anfang eines neuen Parts machen. Deswegen werde ich jetzt ausnahmsweise doch nochmal woanders wieder hin zurückgehen und nicht zum nächsten neuen Gebiet. Aber ich verspreche euch, dass wir im nächsten Part dann in die Berge gehen werden. Aber ich will jetzt erstmal nochmal nach Snöborg dann kurz gehen. Zu den anderen drei Orten werde ich dann eben nach... Also, wenn wir die Berge abgeschlossen haben, dann werde ich nochmal zu allen anderen vier von diesen besonderen Gebieten gehen, wo wir eben die Aslantiae gefunden haben und dort nochmal alles mögliche dann nachholen. Also Snöborg, Greymoor und London dann nicht mehr. Ich gehe nur jetzt nochmal schnell zu Snöborg, weil es da jetzt eben sogar noch zwei neue Sachen gibt für uns. Nämlich einmal den Schneemann, den ich verpasst habe und noch der Typ, der im Eis irgendwie feststeckt oder sowas. Und da habe ich jetzt hier noch einiges zu tun und ich will es halt... Also, ich finde es halt schöner, wenn wir am Anfang eines Parts ein Gebiet betreten, weil dann hätten wir in diesem Part jetzt irgendwie ein Gebiet beendet und ein neues betreten und das viel zu viel auf einmal, das teilen wir dann lieber auf. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller. So. Wo ist jetzt der Typ, der im Schnee steckt? Muss ich da einfach mit... Ich rede mal mit dem hier. Keine Ahnung. Äh, wie habe ich dem wieder geredet? Kein Peil. Ja, ja. Und wenn der Stadtmenschen wieder in der Versenkung verschwindet, dann ist es an mir, die Stadt zu beschützen. Ja, okay. Der ist es nicht. Ich gehe mal weiter. Dann... Ich meine, er steckt der... Ah, hier passiert was sogar. Ich glaube, mein Eis war rappelt. Ja, ja. Echte Großstädter hier. Geht es Ihnen gut zu hören? Ach, Sie sind es, Professor Topfer. Das trifft sich gut. Ich brauche Ihre Hilfe. Ah. Mein Name ist Locklear. Wobei, kann ich helfen? Es ist wirklich grässlich. Ja, ja. Ein Graus. Ich habe ja alles probiert. Ganz ehrlich. Aber er hört einfach nicht auf mich. Bei welchem Zeitgenossen stoßen Sie denn genau auf taube Ohren? Dieser Dickkopf hat sich doch sowieso schon auf dünnes Eis gewagt. Er ist total gefesselt von seinem neuesten heilsbrecherischen Einfall. Und was man ihm auch sagt, er schaltet total auf stur. Er ist dort an der Brücke. Ja, ja. Bitte bringen Sie ihn doch wieder zur Vernunft. Okay. Ach, Sörn ist ein wirklich netter Zeitgenosse. Wie könnte ich ihm meinen Wunsch ausschlagen? Es wird zwar nicht ganz klar, worum hier so viel Aufhebens gemacht wird. Aber lasst uns den Sachverhalt ruhig näher untersuchen. Ach, ein neuer... Ah, ein neuer Screen sogar. Okay. Ich würde aber eigentlich zuerst mal den Schneemann machen, glaube ich. Das müsste ja der hier sein. Oder vielleicht ist es auch der andere. Aber ich mache mal den hier. Ne, das ist nicht der. Oder? Ist es der? Doch nicht. Okay, dann ist es der andere. Ja, warte mal. Es gibt ja noch einen Schneemann hier in Snöburg. Der ist... Ich glaube, hier ist der gewesen. Ähm... Der da. Bist du? Ne, auch nicht. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich muss den Schneemann finden. Warte mal. Hier war keiner mehr. Ne? Aber hier ist noch... Hier ist eine Kuriosität. Was? Was soll das denn? Ja gut, ich denke mal, damals, als wir in Snöburg zum ersten Mal hier waren, haben wir noch gar keine Kuriositäten finden können. Wir hatten die Kiste dafür noch gar nicht. Und das ist jetzt die Bestätigung offenbar dafür. Auch in alten Gebieten, wo wir die Kuriositätenkiste noch gar nicht hatten, können jetzt auch Kuriositäten sein, die wir finden können. Na toll. Aber ist nicht so schlimm, weil, wie gesagt, am Ende des Spiels, also das Let's Play, wohl eher, werde ich ja eh nochmal durch jeden einzelnen Screen hier so durchgehen. Und dann würde ich das eh finden. Aber wenn ich jetzt schon hier bin, will ich das eigentlich auch entdecken. Und das war hier nämlich in der Kiste. Da ist nämlich ein Warmhalteschal. Okay. Warte mal, ist das der Schneemann da? Ne. Ein mutiger... Ach, ich habe ja was Neues gefunden. Ein mutiger Schneemann. Okay. Das ist ja auch interessant. Warte mal, kann ich auch... Kann ich neue Street-Pass-Objekte finden? Ne, das hatten wir in Stilburg doch auch schon, oder? Warum sind denn da so viele neue Hinweismünzen eigentlich? Das habe ich doch schon alles mal erkundet hier. Hä? Die habe ich doch auch schon geredet. Ich will das hier drin immer schön warm haben. Bla bla. Ja, eben. Das sagt nichts Wichtiges. Jetzt bin ich verwirrt. Warum ist hier noch so viel Zeug? Das ist komisch. Keine Ahnung. Ja, wo ist jetzt der verdammte Schneemann, den ich hier suche? Vielleicht ist er an dem anderen Screen sogar. Aber das glaube ich eigentlich eher nicht. Also ich glaube, hier war auch noch einer. Der hat er. Aber ich glaube, mit dem konnte ich gar nicht interagieren. Ah, doch, kann ich interagieren? Der ist aber auch nicht. Hä? Ja. Das ist ja jetzt wieder doof. Ja, dann gehe ich einfach mal da hin und schaue mal, ob ich den da finden kann. Vielleicht habe ich den auch wirklich noch gar nicht finden können. Das kann ja auch sein. Ah, hier ist ein Rätsel. Aha, okay. Bei dem Regenschirm vielleicht, weil der steht da schon sehr auffällig. Ist hier ein Schneemann irgendwo? Und hier ist kein Schneemann mehr. Wo ist denn dieser verdammte Schneemann? Oder vielleicht muss ich auch einfach mit einer Person reden und die erzählt mir dann was darüber. Aber ich habe ja auch, ich habe ja jetzt mit dir da nochmal geredet. Die haben alle nichts Wichtiges gesagt. Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Aber erstmal jetzt erkunden, bevor ich das Auffälligste mir angucke. Und der Regenschirm ist schon ziemlich auffällig. Oder halt Sina natürlich, ist klar. Mit dem kann ich nichts machen. Hier ist noch ein Schild. Mit Hinweismünze, okay. Ja, auch wieder ganz, ganz viele Lampen und Kamine bestimmt auch. Ui, sehen Sie nur, Professor. Der ganze See ist zugefroren. Wahrscheinlich ist das Eis dick genug, um darauf Schlittschuh zu laufen. Zweifellos leben dort unter dem Eis einige robuste Fische. So, halt. Wo? Kamin? Ne. Hier. Ja, was wo denn? Diese Bäume sehen aus, als hätte ein Künstler sie geformt. Stellt euch nur vor, wie wunderbar die Bäume beleuchtet aussehen. Es sieht aus, als hätten sie Blätter aus Schnee. Äh, und hier? Aha, okay. Ein Ringesturm haben wir hier gefunden. Und hier ist noch was? Ach, hier ist ein Rätsel. Okay, auch gut. Der See ist komplett zugefroren. Ob das Eis dick genug zum Schlittschuhlaufen ist? Den Zeh zu überqueren, wäre eine waghalsige Angelegenheit. Genießen Sie die Aufregung des Schlittschuhlaufens doch lieber auf eine weniger riskante Weise. Nämlich bei dem Rätsel hier. Okay, ein Schlittschuhlauf-Rätsel. Ich bin mal gespannt. Für 40 Pikarat. Nummer 86. Und es nennt sich Rötlis Rutschpartie Nummer 2. Ah, okay. Rötlikröt will sich auf dem vereisten Saison hilf ihm zu seinem Blickensplatz. Ich will nochmal kurz durchlesen, wie das war, weil das ist schon vor einigen Parts passiert. Kleine Schildkröten wie Rötli rutschen weg, wenn sie von etwas getroffen werden. Die Große rühren sich dagegen nur, wenn Rötli oder ein Eisblock sie trifft. Okay. Eisblöcke lassen sich nur von dir bewegen und stopfen jedes Loch, hinter sie fallen. Kannst du die Schildkröte, Eisblöcke so bewegen, dass Rötli am Ende allein in der Mitte der Eisfläche sitzt? Ja, okay. Das könnte auch wieder fies werden, glaube ich. Wie rum soll ich es machen? Ich wechsle mal, weil man es da ein bisschen besser sehen kann. Das sieht zwar auf dem Topski schöner aus, wegen 3D. Aber so kann man sich, glaube ich, die Gedanken ein bisschen besser machen darüber. So. Ja, wie fange ich hier an? Das könnte wieder sehr tricky werden. Also einer hier rein ist doch vielleicht keine verkehrte Idee, oder? So irgendwie. Was passiert ist, wenn ich hier sowas mache? Der Eisblock? Der Eisblock bleibt. Warte mal, bleibt der Eisblock auch, wenn ich dich dagegen bewege? Ja, okay. Also Eisblöcke sind unbewegbar, außer ich mache das selber. Ja, okay. Nein, das gefällt mir aber nicht. Ähm. Wenn ich das und das mache, wenn ich... Ja, es ist wieder schwierig. Wenn ich zwei normale, dann fliegt die hintere auch weg. Ja, genau. Weil meine... Eine große kann ich aber auch wegbewegen. Hä? Ich habe immer noch nicht verstanden, wo der Unterschied zwischen den Großen und der Kleinen ist. Warte mal. Kleine Schildkröten wie Rötli rutschen weg, wenn sie von etwas getroffen werden. Die Großen rühren sich dagegen nur, wenn Rötli oder ein Eisblock sie trifft. Achso, wenn eine Grüne die trifft, dann nicht. Achso, also Rötli ist quasi stärker als die Grünen. Hä. Okay. Ähm, ja, das macht die ganze Sache dann... Um einiges interessanter. Ähm. Oh Gott, ja, da gibt es wieder tausend Möglichkeiten, wie ich das machen kann, vor allem mit der Reihenfolge. Ich glaube, das wird sehr schwierig werden. Aber ich habe schon so ungefähr eine Idee, wie ich es machen will, glaube ich. Wenn ich mal den da... Also ich will auf jeden Fall den da rein machen. Wenn ich jetzt dich hier hin packe... Und... Ähm, warte mal den da... Ah, nee, nee, das war jetzt eigentlich schon falsch. Aber ich brauche den da auf der anderen Seite. Wartet mal. Wenn ich... Achso, nee, das geht ja auch nicht. Hä. Das ist ja wieder doof. Was ist, wenn eine große Schildkröte ins Wasser fällt, dann ist die einfach weg, ja. Jetzt ist hier sowas... Ja, das ist aber auch Käse. Hm. Ja. Das ist, äh... Wie noch nicht einfach. Solche ähnlichen Rätsel gibt es ja in vielen Layton-Spielen. So Eis-Verrutsch-Gedöns. Und da bin ich mal gut und mal schlecht. Also mal habe ich das total schnell raus, aber mal brauche ich auch ewig. Ich glaube, das ist jetzt hier wieder ein Fall von... Von ewig. So irgendwie... Also ich will, glaube ich, auch mal... Ich will entweder den hier mal machen. Entschuldigung. Oder den hier. Das ist eigentlich relativ egal, welchen. Ich meine, ich will auf jeden Fall, dass mal eine Schildkröte hier steht. Also, weil ich... Oder, warte mal. Ja doch, ich würde nämlich ganz gerne... Obwohl das einfach... Eigentlich ist das auch schlecht. Weil man kann denn... Rötli kann aber schon auch weggeschossen werden, oder? Ja. Das ist schlecht. Meine Güte, hey. Das ist ja wieder was. Das ist ja wieder was. Ähm. Warte mal, wenn ich... Ah ne, das geht ja auch nicht. Boah, alter Schwede. Jetzt warte mal. Also wenn ich hier sowas mache... Und hier so. Und hier so. Und hier so. Und hier so. Dann kann ich jetzt Rötli hier so nach unten bringen. Achso, ich hab's. Okay, das war richtig, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich muss jetzt nur noch diese andere Schildkröte, oder die fette, eins weiter nach unten bringen. Das schaffe ich auch. Wenn ich nämlich einfach vorher sowas mache. Jetzt hab ich's nämlich... Jetzt bin ich nämlich fertig. Weil jetzt hab ich nämlich hier sowas. Und hab's geschafft. Okay. Gut. Puh. Yay. Die Lösung ist doch klar. Also so schwierig war es dann eigentlich doch gar nicht. Gar kein Problem. Man muss sich einfach nur genau überlegen, was für Schritte man jetzt machen könnte. Und einfach mal auch ein bisschen rumprobieren, wie ich gerade eben. Ich hab mir halt gedacht, das, was ich jetzt da geplant hatte, könnte ganz gut klappen. Aber dann hab ich eben gesehen, das klappt noch nicht ganz. Es fehlt noch eine Sache. Dann noch die berichtigen. Und dann ist man fertig. Das lief glatt. Unser tapferer kleiner Freund lässt sich auch von zwei großen Schildkröten nicht einschüchtern. Jetzt kann er in Ruhe sonnenbaden. Jaja, der gute alte Rötli. So. Dieses Rätsel hat es wirklich verdient, gelöst zu werden. Es erwärmt mein... Boah, meine Stimme. Es tut mir leid. Es erwärmt mein Herz, so etwas von Ihnen zu hören. Mann, Emmi. Beim nächsten werde ich mir noch mehr Mühe geben. Ja, ich freu mich schon wieder, weil die Rötli-Rätsel, die sind auf jeden Fall cool. Okay. So, aber ich will noch weiter hier erkunden. Ich will schon auch mit dem Mädchen reden, auch wenn es länger dauern könnte. Dann gleich. Wir schauen mal. Hier ist noch ein knallhartes Schneemännchen. Habt ihr das gerade gesehen, das Gesicht von dem? Oh Mann. Dann hinweist man das hier. Okay, bei dem Pflok da. Aber der Regenschirm ist doch auch auffällig. Da ist doch auch irgendwas Besonderes. Ja gut, das ist wahrscheinlich einfach ein Street-Pass-Objekt. Denke ich mal. Ein gelber Regenschirm oder so. Hier ist noch eine Weißmünze. Okay. Aber ich glaube, das war es erstmal. Ja, halt. Ist die Lampe noch? Ne, es war nur sie. Okay. So. Ja, okay. Ist einfach nur ein vergessener Schirm. Ist auch gut. So, und du? Hast du noch ein Rätsel? Ja, okay. Ja, ich hoffe, ich löse das einigermaßen schnell. Mal schauen. Ach, das ist ein Typ. Ich dachte, das wäre ein Mädchen, was? Oder ist das ein Typ? Ich glaube schon. Ja, genau so. Das wird der ultimative, todesmutige Supersprung. Ich gehe mal davon aus, dass dies der Knabe ist, den wir zur Vernunft bringen sollen. Einen schönen guten Tag. Darf man fragen, was genau du hier treibst? Och ne, zwei altkluge Respekt-Personen. Also echt, eure Masche könnt ihr euch sparen. Für meinen Akt Jugendlicher Rebellion ist die nämlich total kontraproduktiv. Oh, hör an. Du bist dir aber darüber im Klaren, dass CERN sich um dich sorgt. Ähm, wie war mal dein Name? Den erfahrt ihr noch früh genug, Ulf. Wenn ich erst für meinen tollkühnen Stunt berühmt bin. Aber gut, unter uns, ich heiße Ulf. Erlebe sie mit eigenen Augen, wie Ulf, der Unerschrockene, den Weltrekord bricht. Und nicht nur irgendeinen. Nein, den Rekord für den weitesten je gesprungenen Vierfachrückwärtshalter auf Schlittschuhen. Oh, das klingt aber brandgefährlich. Hast du dich dafür ausreichend vorbereitet? Was kommt jetzt? Ja, was sollte jetzt die Kamerafahrt? Auf Schlittschuhen. Habe ich nicht neulich darüber... Aber natürlich, da war doch dieser Artikel in der Wunderwelt weit. Wie, ihr etwa auch? Warum nur kennt jeder diesen kleinen, miesen Artikel? Vergesst ihn doch einfach. Er war doch nicht mal gut geschrieben. Ich aber werde mit meinem Sprung Geschichte schreiben. Ähm, das war schon mehr als ein kleiner Artikel. Es war ein Foto abgebildet, welches jemanden kopfüber im See zeigte. Ich höre sie gar nicht, ich höre sie gar nicht. Aber gut, schwimmen oder untergehen lautet in die Wiese. Wie hätten sie sich denn entschieden, hä? Und überhaupt, was gibt es daran auszusetzen, um das gefrorene Eis zu rasen? An einem Leben voller Gefahren? An einem Dasein auf blitzblanken Kufen im Adrenalinrausch der Möglichkeiten, hä? Gar nichts. Und du bist bestimmt ein mutiger Kerl. Aber auch nur, weil du bisher noch nichts verloren hast. Nimm dir ein wenig Zeit und überlege in Ruhe, was du wirklich riskierst. Wenn du es jetzt nicht tust, könntest du es bereuen. Ich mag es nicht, wenn man mich von oben herab behandelt. Kennen sie sich denn überhaupt so gut aus, um mit mir auf Augenhöhe zu diskutieren? Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall ist der ein ziemlicher Idiot. Das steht fest. So, Rätsel 139, 30 Pikarat, rutschige Lieferung. Ah, okay. Ein Pokémon-Rätsel. Pokémon-Eis-Rätsel. Der Briefträger hat verschlafen und ist spät dran. Da der See zugefroren ist, möchte er die Abkürzung darüber nehmen. Allerdings ist er so rutschig, dass der Briefträger nicht halten kann, wenn er einmal losgeschlittert ist. Es sei denn, er trifft auf einen Verissen. An einigen Stellen ist das Eis zudem so dünn, dass nach dem Überqueren einbricht. Oh. Kannst du dem Briefträger helfen, auf die andere Seite zu kommen? Okay, also bei manchen Stellen darf ich nur einmal drüber. Das ist sehr interessant. Berühr die Pfeile, um den Briefträger auf dem oberen Bildschirm zu bewegen. Vergiss dabei nicht, dass der Briefträger nur anhält, wenn er auf einen Faceblock oder gegen den Rand prallt. Okay. Ja, das wird, glaube ich, cool werden. Also wir haben zwei coole Rätsel in diesem Part jetzt gehabt, nämlich mit Rötli und das hier. Die sind sehr ähnlich auch, ja, aber auch cool. Warte mal, wo starte ich eigentlich? Da, wann muss ich hin? Okay, da, ganz nach links, okay. Ja, gut, nach links muss ich erstmal, ist klar. Jetzt habe ich aber schon zwei Wege, die ich gehen kann. Ähm. Okay, ich glaube, ich will am besten den Weg zurückverfolgen. Das ist nämlich oftmals besser. Was ist denn, wenn ich Notizen mache? Aha, okay, dann will ich kurz wechseln. Ich will mal kurz mit euch Notizen machen und den Weg zurückverfolgen. Also hier muss er raus. Das heißt, um da überhaupt hinkommen zu können, muss er von hier aus nach links gegangen sein. Und um da hinkommen zu können, weil da rechts daneben ist ja eine Schlucht, muss er hier von oben kommen. Und da wiederum muss er eigentlich von hier kommen. Dann wiederum wahrscheinlich von da unten. Aber jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger und nicht mehr so klar. Wie jetzt der Weg ist. Ja, das Problem ist nämlich... Ja, das ist doof mit diesen... Mit diesen Platten, die einstürzen. Das ist sogar richtig doof. Weil das heißt nämlich, dass ich quasi jetzt nicht nach... Okay, eigentlich gibt es dann doch nicht so viele Möglichkeiten, glaube ich. Das heißt nämlich, dass ich zum Beispiel jetzt nicht nach oben gehen darf. Wenn ich das tue, bin ich ja eingesperrt. Weil ich kann jetzt nach rechts und nach unten, aber wenn ich jetzt nach links gehe, dann komme ich wieder zu der Platte da, die eingebrochen ist. Und auch hier, ich komme ja nicht mehr zurück. Deswegen darf ich da gar nicht nach oben gehen überhaupt. Ich muss hier nach unten gehen. Und dann muss ich nach links, dann muss ich nach oben. So. Was ist denn, wenn ich... Wenn ich jetzt nach rechts gehe und dann nach oben, dann nach links, dann nach oben, dann nach... Aber warte mal, ich habe gerade eben, glaube ich, irgendwie einen Fehler gemacht. Ich habe angenommen... Achso, nee, ich muss... Hier so... Nee, warte mal. Ja, doch, ich habe es, glaube ich. Ah, nee, ich habe es nicht. Das ist ja fies. Das ist ja richtig fies. Ich wollte jetzt hier nach links gehen, dann nach unten, dann nach links, dann nach oben, dann nach rechts, dann nach unten und dann nach links. Dann wäre ich fertig, aber ich habe die Platze zerstört. Ich darf über diese eine Platte da links nicht drüber vorher. Das heißt, ich muss irgendwie jetzt doch von oben kommen. Also jetzt nach links gehen ist auch Quatsch, weil dann bin ich wieder eingebaut und komme da nicht mehr raus. Ich muss also jetzt nach rechts gehen und dann nach oben. So. Nach rechts wieder zu gehen ist Quatsch, dann wäre ich an derselben Stelle wie gerade eben. Ähm, deswegen gehe ich einfach nach links, ja. Wenn ich jetzt nach oben gehe... Achso, ah, genau richtig. Dadurch, dass ich jetzt... Ah, das ist cool. Dadurch, dass ich jetzt hier von oben komme, kann ich jetzt auch nach links oben zu dem einen Felsen da kommen, ohne die Platte da links vor dem richtigen Weg zu zerstören. Ich habe den Weg jetzt nämlich, nämlich hier und hier. Ich muss hier auch nach unten gehen. Wenn ich hier jetzt gerade nach oben gegangen wäre, dann würde es mir auch nichts bringen. Dann würde ich wieder die eine Platte da links kaputt machen müssen. Jetzt stehe ich nämlich hier, wo ich vorhin auch schon war, aber diesmal ohne die Platte da unten zerstört zu haben, weswegen ich jetzt auch wirklich dann zum Ziel komme. Okay. Puh. War auch nicht so einfach, aber cool, hat mir gefallen. Also solche Eisverschieberätsel, die finde ich eigentlich immer cool, also Videospielübergreifend. Das gibt es ja in Pokémon, wie gesagt, in Zelda auch, also sowas mag ich eigentlich immer. Gut gemacht. Nächstes Mal steht der Briefträger lieber früher auf, als sich nochmal auf eine solche Schlitterpartie einzulassen. Okay. Gut. Und jetzt mit dir? Was ist mit dir los? Hm, wirklich, aber das bedeutet ja... Hör zu, wir haben uns nur Sorgen um dich gemacht. Wenn du auf unseren Rat hören würdest, wäre ich wirklich erleichtert. Hm, und ich war mir so sicher, dass ich heute die Ladung nicht vermasseln würde. Hör besser auf uns, wenn du auf einen weiteren unangenehmen Bericht in der Wunderwelt weit verzichten möchtest. Allerdings, wir würden sogar dafür Sorge tragen, dass hier im Ort ein paar Exemplare der Ausgabe landen. Na gut, ihr habt gewonnen. Ich werde mir etwas suchen, das sichere Ruhe mit weniger Aussicht auf Blamage verbindet und weniger Gefahren birgt. So ein Volltrottel. Auf jeden Fall auch das gelöst. Sören war einmal professioneller Schlittschuhläufer. Ich dachte, dass ich ihm imponieren könnte, aber vielleicht erinnert er sich selbst gar nicht mehr daran. Okay. Aber ich frage mich immer noch, wo der verblödete Schneemann ist, den ich hier einfach nicht finden kann. Vielleicht ist es auch so, dass manche... Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Vielleicht ist es so, dass manche Wunderwelt weit Artikel erst dann lösbar sind, wenn man bestimmte Kapitel gemacht hat. Weil es kann ja sein, dass... Es kann nicht nur sein, es ist bestimmt so. Dass nach bestimmten Kapiteln die Leute hier wieder woanders stehen. Und dass dann dementsprechend vielleicht einer von denen dann, wenn er an einer neuen Position steht, sagt... Oh, ich habe Angst vor dem Schneemann. Vielleicht steht dann nach dem vierten Kapitel einer hier draußen vor der Höhle neben dem Schneemann und sagt... Okay, ich habe Angst vor dem. Und erst dann können wir den Wunderwelt weit Artikel lösen oder irgendwie sowas. Das können wir sogar vorstellen. Keine Ahnung, muss ich zugeben. Naja. Ja, habe ich das jetzt auch wieder nicht lösen können? Mit dem Schneemann das andere schon, aber den Schneemann lasse ich erstmal. Ich meine, wir werden ja noch öfter nach Snowbox zurückkommen, passt also schon. Eigentlich wäre der Part schon zu Ende, aber ich möchte ganz gerne noch Notizen lesen. Ich möchte nämlich alle fertig haben, ganz gerne. Äh, von... Äh, hier. Von Torido. Wundersame Heilung. Ende gut, alles gut. Elrojo und Eleanor sind nach Jahrzehnten endlich wieder vereint. Jeder Anschein einer reisenden Bestie ist von Elrojo abgefallen. Er wirkt plötzlich wie ein verschmustes Hündchen. Eleanor zögerte zunächst, das Ei wieder an sich zu nehmen, doch welch erstaunen. Sobald die Kette vom Hals des Wolfes genommen war, verflogen er seine Beschwerden. Wie sich zeigte, war der Halsschmuck dem unvorstellbar großen Tier über die Jage schlicht zu eng geworden. Und einen versprechenden Ei vor. Sharon Flint ist erleichtert, dass die vermeintliche Gefahr eines Wolfsangriffs ein für allemal gebannt ist und sich die Bewohner wieder sicher fühlen. In Torido ist wieder Frieden eingekehrt. Eleanor ist überglücklich, mit ihrem alten Freund vereint zu sein und gab uns mit Freunden das Ei. Solche Hochherzigkeit rührt mich zutiefst. Wir sollten nun jedoch schnell zurück zu Bostonios allen und unsere Reise weiterführen. Übrigens, wenn ich ein kleines weiteres Ranking mache. Äh, ich fand bisher, dass die anderen beiden ein bisschen cooler waren als Torido. Also nicht, dass ich Torido nicht gemocht habe, nein, das nicht. Aber es ist irgendwie trotzdem nicht so viel passiert. Und es ging auch irgendwie ein bisschen schneller rum, habe ich das Gefühl gehabt. Also es ist nicht so viel passiert. Weil hier musste man viel mehr machen irgendwie. Habe ich das Gefühl, weil man da ständig die Personen fragen musste, um dann die Infos zu bekommen, wie die Regeln der Weitergabe sind. Ähm, und auch hier war irgendwie mehr los, weil man dann herausfinden musste, was jetzt überhaupt los war mit dem, mit dem, mit dem Häuptling da. Und lustig war das auch, mit dem Comedy-Auftritt da. Also da war der hier bisher der Schwächste, finde ich. Aber er war trotzdem nicht schlecht, ne. Er war einfach nur schlechter als die anderen. Weil die anderen halt so super waren. Und der war halt auch super, aber halt nicht ganz so gut, ne. Gut. Aber wie gesagt, können wir auch gerne in die Kommentare natürlich schreiben, wie bei euch das so die Reihenfolge bisher ist. Also welches Gebiet ihr bisher am besten fandet. Und welches am zweitbesten, welches am drittbesten und so weiter und so fort. Wenn wir dann, wenn die anderen auch noch sind. Ähm, wir können uns auch noch schnell die Kuriositäten anschauen. Wird der Part ein bisschen länger? Passt schon. Und zwar wildes Würfeltribo. Nerven jeden Zocker, da sie garantiert nie dort landen, wo sie sollen. Ah, das ist tatsächlich sehr interessant. Da stehen die Würfelspitzen nach draußen. Ha. Das ist ja witzig. Okay. Und dann noch knallharte Schneemännchen. Ein Wunder der Schneequetschkunst. Härter als ein Diamant im Plexiglas. Okay. Und, äh, genau. Dann will ich noch kurz wieder in die Lüfte fliegen. Und dann dort aber, oder ich... Ja, ja, obwohl... Ja, ne, wisst ihr was? Wir werden sogar noch kurz zum neuen Gebiet fliegen. Aber das dann erst beim nächsten Mal uns genauer anschauen. So, äh, ja, ich will in die Berge. Ein ländliches Idyll, umgeben von saftigen Wiesen, die seine Einwohner bewirtschaften. Das Dorf ist bekannt für starke Winde. Ah, sieht auch cool aus. Da bin ich mal gespannt, was uns da so erwarten wird in den Bergen, also. Also irgendwie ist ja jedes einzelne Gebiet auch angelehnt, so ein bisschen an ein Land. So irgendwie, finde ich. Und das hier sieht jetzt so Berge so nach, weiß nicht, nach den Alpen oder so vielleicht aus. Keine Ahnung. Puh, das war vielleicht ein unruhiger Flug. Ich hatte schon Angst, die Bostonis würde sich überschlagen. Gehe ich recht in der Annahme, dass alle Anwesenden wohl auf sind. Natürlich, Raymond. Und machen sie sich keine Sorgen wegen Luke und seinem Gejammer von eben. Sie sind gemein, Amy. Das ganze Schiff hat gerüttelt. Wie verrückt. Und nur weil sie keine Angst hatten, brauchen sie sich noch lange nicht über andere lustig zu machen. So. Ich fürchte, auf so starken Gegenwind war ich nicht vorbereitet. Ich bin untrüstig, dies nicht vorausgesehen zu haben. Gehen sie nicht zu hart mit sich ins Gericht. Das Wetter ist nun wirklich schwer vorherzusagen. Ich, ich spüre etwas. Das Licht von Astland leuchtet hell in dieser Gegend. Oh, wirklich? Du scheinst ja deiner Sache sehr sicher zu sein, Aurora. Es ist, als ob ich geleitet würde. Geleitet von einer sehr starken Macht. Nun, das ist doch ein gutes Zeichen, nicht wahr? Es scheint, als zeigten uns die Astlandi, wohin wir gehen sollen. Ich bitte sie inständig, große Vorsicht walten zu lassen. Ich werde wie immer hier die Rückkehr der Herrschaften erwarten. So. Es spielt auch noch keine Musik. Wie immer. Aber ich werde hier erstmal den Part beenden. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier in den Bergen etwas weiter um. Aber das war es jetzt mal für diesen Part von Let's Play Professor Layton. Und das Vermächtnis von Astland. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben. Oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es ja weitergehen wird mit der Erkundung der Berge. Wo wir dann hoffentlich unser viertes Ei der Astlandi finden werden. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.